Hallo, ich bin die Jessie, ich bin leidenschaftliche Sportlerin und komme gerade von einer langen Mountainbiketour und mache zusammen mit dem Lukas jetzt eine Runde Yoga. Das ist ein 20-minütiger Yoga-Flow, um den Körper und den Geist wieder in Einklang zu bringen. Und jetzt bist du dran! Ab auf die Matte! Für weitere Inspirationen und schöne Yoga-Outfits geh jetzt auf sport2000.de